Und wieder wogt eine neue Edgar-Wolles-Welle. Das Rätsel der Roten Orchidee. Nach dem Wallace-Roman Gangster in London. Ein Kleinwurz. Nur für die schönsten Frauen bestimmt. Eine Frau wie ich hat eben viele Verehrer. Den Namen will ich wissen. Da steckt deine Kracht, wenn sie doch selbst nachhören, wenn du so neugierig bist. Vielleicht überreichen sie mir eine besonders krachtvolle Orchidee, um ihn umzustimmen. Sie scheinen keine rechte Vorstellung davon zu haben, was es bedeutet, als Orchideensammler unter Kopfjägern zu leben. Bitte nehmen Sie das von mir an. Es ist eine Orchidee aus den Amazonas-Wäldern. Eine Blume wert von einer Königin getragen zu werden. Ja, danke. Sie können wieder an Ihren Schreibtisch. Und, äh, zu Ihrer Orchidee. Ich meine, den Verehrer haben Sie ja richtig gern vertrieben. Und gleich ein bisschen in den Urwald. Vergessen Sie, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Kommen Sie mit mir. Ich habe Geld genug, ein neues Leben zu beginnen. Sie sind da die Frau von Edwin Tenner, dem Orchideenjäger. Also, was halten Sie davon? Wenn wir beide heiraten. Heiraten? Neben hervorragenden Darstellern wie Christopher Lee, Marisa Mell, Adrian Hoven, Pinkas Braun, Christiane Nielsen, Erik Pohlmann, Chris Strach, Klaus Kinski als der schöne Steve und Eddie Arendt als der Todes-Battler Parker. Lassen Sie diese Kinkerlitzchen. Das Rätsel der Roten Orchidee. Noch außergewöhnlicher. Noch unheimlicher. Noch spannender. Sie? Warum sollten Sie das für mich tun? Dreimal dürfen Sie raten. Der Puppe passiert nichts. Vornehmersprechen, Kölkisch-Neuzel. Schnauze! Parker, der Todes-Battler, wenn Sie gestatten. Ah, Sie sind der Butler, der seiner Herrschaft einen schnellen, gewaltsamen Tod garantiert. Verzeihung, aber ich bin zu kitzelig. Was wollen Sie? Ich wollte mich unter den Posten eines Butleres befernen. Ein toter Pack-die-Koffer. Was willst du damit sagen? Es ist unmöglich, von Edgar Rolles nicht gefesselt zu sein. Ein neuer Beweis dafür, das Rätsel der Roten Orchidee. Sofakina! Hier, Dengst! Dengst!